Was für ein Tor von Paolo Sergio! Da kommt Sergio, 45. Minute, das 1-0. So schön, so leicht, so geschmeidig, so einfach. Sadihamidzic, toll, 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 Sergio, Hackespitze, wunderbar, hier zuzuschauen. Und dann ist Sergio da. Das war ein brasilianischer Zauber im Münchner Olympiastadion. Und dann der weite Ball von Kala und Sergio. Wir machen es jedes Mal für einen Tor von Paolo, Sergio. Da stimmt doch alles. Freistoß, Tarnath, Lehmann ist da noch dran. Und dann Sadihamidzic, Sergio, das Ganze wie im Zirkus. Schön beim 5-1. Toll, Sergio, 0-1. So hatten sie sich das vorgestellt. Paolo Sergio.